Moin Leute, ich will ja schon lange ein Video machen zu den Direktsaat Grundlagen, aber es passiert immer so viel anderes, da bleibt es irgendwie liegen und man konzentriert sich auf das Grundsätzliche, auf das Notwendige. Aber da jetzt so viele Anfragen auch auf Feldtagen kamen oder Sachen falsch verstanden wurden, wie muss ich jetzt unbedingt CTF machen etc., habe ich mich dann doch mal entschlossen jetzt ein Video zu machen zur Direktsaat, wie man anfängt. Also erstmal die Kurzversion, Punkt 1 ganz wichtig, euer Kopf muss es wollen, euer Boden will es längst, euer Boden wartet eigentlich sogar nur drauf, der Boden wartet drauf, dass nicht einmal oder mehrmals im Jahr alles was er aufgebaut hat, wieder abgerissen wird. Wenn ihr irgendwann vor eine Herausforderung kommt und im Kopf drin habt, ja direkt sagt, es konnte ja nicht funktionieren, dann werdet ihr keine Lösung finden. Wenn ihr aber im Kopf drin habt, es gibt eine Lösung, ich muss sie nur finden, dann werdet ihr sie auch finden. Das ist ganz entscheidend. Zweitens macht eine Bodenprobe, die die Kation-Austauscher-Kapazitätsbelegung wiedergibt, also die Verhältnisse Kalzium, Magnesium, Kalium und auch ganz wichtig den Humusgehalt. Liegt Magnesium unter 10% werdet ihr es merken. Liegt Magnesium unter 8% oder nur bei 4-5% werdet ihr es ganz deutlich merken. Eure normale Lufa-Analyse, die ist in einem Bodenbearbeitungssystem schön und gut, die hilft euch aber in der Dreckzeit nicht weiter. Ich hatte das in dem Fall bei mir auch, wo halt Magnesium am Austauscher bei 4% lag, da hat die Lufa-Analyse gesagt, das ist ein D, da wäre genug da. Aber dieser wasserlösliche Pool, der ist halt einfach im Moment der Umstellung erstmal nicht mehr da, der liegt nämlich in Form von Stroh obendrauf und der ist in dem Bodenleben drin und sonst wie was. Und in dem Moment erstmal an die Pflanzen verfügbar und dann geht es nämlich darum, was ist am Austauscher, was ist nachlieferbar, wo können die Pflanzen drüber verfügen. Und das dauert halt erstmal Zeit, bis dieser wasserlösliche Pool sich wieder aufbaut. Das ist zumindest erstmal meine Vermutung, wie es vermutlich ist, um das mal so zu erklären. Aber Fakt ist jedenfalls, ich konnte es ganz klar auf dem Feld feststellen, die normale Analyse, die hilft euch da definitiv nicht weiter. Kalium, ich glaube so circa unter 2% wird es auffällig, Calcium, weiß ich keine genaue Zahl, hatte ich in meinem Betrieb nicht. Humusgehalt, habt ihr über 2% oder ab 2% eine vernünftige Drille, befolgt ansonsten das System, sollte es eigentlich funktionieren. Bei 1,5% hatte ich jetzt auch ein paar Felder, da wird Ertrag fehlen. Zumindest in der Anfangszeit, wie lange das dauert, weiß ich nicht genau. Also bei 1,5% Humus würde ich jetzt mal so grob sagen, 5-10% Ertrag gehen an, erstmal flöten. An der Lösung dazu, da arbeiten wir gerade. Als Analyse taugt die Unterfrauner-Analyse in Österreich oder die Kinsey-Analyse in den USA. Die wird auch hier in Deutschland von 2 Leuten, mindestens 2 Leuten vertrieben. Dann gibt es in Österreich noch die CW-Probe, die macht der Herr Derflinger, die Auswertung. Da habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit, hört sich aber für mich auch sehr vielversprechend an und ist wesentlich günstiger, weil man noch erstmal sagen kann, ich will nur Calcium, Magnesium, Kalium und die anderen Sachen brauche ich erstmal nicht. Dann, last but not least, die Schritte der Umsetzung nach Rolf Derbsch einhalten. Da gibt es eine Kurz- und eine Langversion. Da gehe ich gleich auf die Kurzversion drauf ein. Die Links kommen unten in der Videobeschreibung und auch die Links zu den Bodenproben packe ich euch da auch hin. Derbsch ist so ein deutscher Auswanderer, spricht perfekt Spanisch, Deutsch, Englisch und hat für die GEZ in Südamerika Entwicklungshilfe in der Landwirtschaft geleistet und dann zusammen mit Herrn Herbert Barth, spricht auch wunderbar Deutsch, vor etwa 47 Jahren dort die Direktsaat angefangen, salonfähig gemacht etc. und ist als Berater und Fachmann zu Direktsaatfragen eigentlich weltweit bekannt, außer in Deutschland, muss man nahezu sagen, beziehungsweise traurigerweise. Kommen wir jedoch zu den Punkten. Ich werde sie euch nicht alle vorlesen, aber ihr könnt ja auch Pause machen, lesen und dann hört ihr mir wieder zu. Erstens, fangt wenigstens ein Jahr vorher an, euch mit dem ganzen System zu bestellen, also ein Jahr vor der Umstellung. Die Unkräuter, das wird sich verändern, Trespo und Fuchsschwanz, die werden verschwinden, sind kein großes Problem mehr. Dafür kommen andere Unkräuter. Bei manchen ist es der Windhalm, bei mir war es der Storchenschnabel, zumindest auf Flächen, wo wir erstmal so Mais nach Mais hatten, um gerade auf dem Sand Humus aufzubauen und auch wegen der Fruchtfolgeumstellung, dass wir das ortsweise hatten, muss man da ein bisschen Mais nach Mais machen. In der normalen Fruchtfolge hatte ich jetzt noch nicht die Probleme mit dem Storchenschnabel. Also, es wird sich da was verändern, gerade die Wurzel und Kräuter, die werden mehr, weil die überleben irgendwo in der Zwischenfrucht drin, werden groß und ihr müsst plötzlich die großen bekämpfen. Da macht euch vorher auf jeden Fall schlau. Zweitens, hier heißt es Bodenuntersuchung, dazu muss man aber wissen, in Südamerika ist die Messung der Kation-Austauscherbelegung gang und gäbe, bei uns nicht, also Kation-Austauscherbelegung messen. Und, wenn möglich, darauf reagieren, wenn zum Beispiel so ist, dass Calcium zu hoch ist, Magnesium einfach verdrängt wurde, es geht trotzdem, man gibt ein bisschen Kiserit von der Hand in den Mund, arbeitet ein bisschen mit Bittersalz und plötzlich, ein, zwei Jahre später, ist alles kein großes Problem mehr, dann kümmert die Biologie sich drum. Das ist nur am Anfang das Problem. Soll heißen, selbst wenn manche Nährstoffe, oder wenn es nicht möglich ist, manche Nährstoffe aufzudüngen, es ist trotzdem möglich, die Pflanze zu ernähren. Drittens, Staunässe ist ein Problem. Das sind eigentlich so die einzigen Böden, wo es nicht geht, überall anders funktioniert es. Wobei, es gibt da schon Lösungen, die ich jetzt leider nicht kenne. Wenn ihr da wirklich in der Richtung was habt, dann schreibt mir bitte eine E-Mail, dann werde ich mich mal schlau machen und dazu was nachlegen. Viertens, vor Umstellung noch einmal tief mit dem Grober durchhalten, am besten mit weitem Strichabstand, damit man ein bisschen weniger bewegt, kann nicht schaden. Nochmal irgendwelche Verdichtungen, Flugsohlen, Fahrspuren etc. beseitigen. Wenn jetzt das Jahr nass ist und es lässt sich nicht vermeiden, ihr macht in dem Jahr noch irgendeinen Quatsch auf dem Feld, dann wartet noch lieber ein Jahr mit der Umstellung. Nicht auf Teufel komm raus umstellen. Wenn es dieses Jahr nicht geht, dann geht es wahrscheinlich nächstes Jahr. Fünf, Bodenoberfläche einebnen. Gerade die Flüger, die haben unebene Felder, weil der Boden trägt ja auch nicht so mit einem, was ihr drüber fahrt, fahrt ihr wieder die Unebenheiten da rein. Ein Reifenregler hilft da auch ganz immens. Ein Flachgrubber, mit dem man schnell drüber fährt, hilft auch wahnsinnig beim Einebnen. Ich sage mal so, wir hatten zu Mulchsaatzeiten schon relativ ebene Felder, aber jetzt in der Direktsaat, wir können mit dem Düngerstreuer mit 40 da drüber flitzen. Das ist ein Wahnsinn. Also, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, aber es ist machbar. Es ist so ruhig in dem Schlepper, alle Maschinen liegen ruhiger, der Drescher liegt viel ruhiger. Es ist gut für alles, für die Technik, für euren Rücken etc. pp. Nur halt einmal wichtig, den Boden vorher noch einebnen, weil nachher habt ihr nicht mal die Chance dazu. Da könnt ihr noch irgendwie so eine Technik, wir machen es mal mit so einer Carry und lassen die Scheibe leicht in der Luft, um so alles, was übersteht, abzurasieren und fahren dann vielleicht da mal her, wo die Wildschweine kommen. Aber das ist eigentlich, das war auch eigentlich nur so im ersten Jahr ein Problem, die Wildschweine, die fangen irgendwann gar nicht mehr an so tief zu buddeln, weil das wird dann viel zu hart. Und die interessanten Sachen wie Maiskolben, die liegen ja oben drauf und nicht unten drin. Sechster Punkt, Bodenbedeckung. Bodenbedeckung. Der Boden ist nicht gerne nackt. Die Amerikaner sagen, don't farm naked. Wenn ihr im Sommer den ganzen Tag nackt im Garten liegt, habt ihr danach einen Sonnenbrand. Wenn ihr das im Winter macht, einen Gefrierbrand. Eurem Boden geht es nicht viel anders. Er muss irgendwie bedeckt sein. Dafür wird auch viel, viel weniger Wasser verbraucht. Dann kann das Bodenleben richtig aktiv werden. Die ganze Biologie, die Bakterien, alle, die fühlen sich auch nicht wohl, wenn es wahnsinnig heiß ist. Die gehen auch irgendwann bei 40, 50 Grad kaputt. Die meisten zumindest die guten. Und wenn es wahnsinnig kalt ist, dann sind die halt auch nicht mehr so aktiv. Also Ernte-Rückstände, Stroh, Zwischenfrüchte etc. Und erst jetzt, wenn ihr all das verstanden habt, dann könnt ihr eine Direktsaatmaschine kaufen. Vorher ist es eigentlich quatschig damit auseinanderzusetzen. Welche Meinung über eine Drille ich habe, ist ja denke ich mal soweit bekannt. Also ich würde circa sagen, unter meinen Bedingungen bringt mir diese Maschine vielleicht 50 Euro pro Hektar mehr. Wenn man jetzt feuchtere Bedingungen hat, dann sind es vielleicht irgendwas zwischen 10 und 30 pro Hektar, was so ein System einem bringt. Ansonsten muss man halt ausrechnen, wenn man jetzt nur 50 Hektar hat und dann nachher vielleicht nur 20 Euro pro Hektar Vorteil von so einer Maschine rausholt, wird es natürlich schwierig, die irgendwie zu rechtfertigen. Aber sobald man ein paar Hektar mehr hat, ist die Maschine natürlich auch ein Hektar gesehen am Ende wahnsinnig günstig. Wenn man diese, je nach Bedingungen, sagen wir mal 10 bis 50 Euro dagegen rechnet. Weil bei uns ist es einfach so, es ist alle drei, vier Jahre so wahnsinnig trocken. Mit einer anderen Drille wäre es dann schwierig, überhaupt eben den Bestand hinzustellen. Der wird gar nicht auflaufen. Da gibt es auch Untersuchungen zu. Also Crosslot oder Nowak, gerade in den extrem trockenen Gebieten und bei genug Hektar, in meinen Augen, absolut sinnvoll. Sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Aber das überlasse ich mal jedem selber. Nächster Punkt. Nur auf einen kleinen Teil vom Betrieb anfangen. Ihr werdet wahrscheinlich, nicht unbedingt, aber wahrscheinlich irgendwelche Überraschungen erleben. Auch Dinge, die ich euch vielleicht jetzt gar nicht voraussagen kann. Wenn ihr natürlich den kompletten Betrieb macht, dann kann das richtig ins Geld gehen. Wenn ihr einen kleinen Teil macht, könnt ihr erst mal daraus lernen. So, und jetzt kann man natürlich nicht sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, da kommt irgendwas, das kann Probleme machen. Nee, nee, das lasse ich lieber. Aber, ja, wenn ihr diese Probleme löst, werdet ihr auch belohnt mit gesteigerten Erträgen, geringeren Kosten, also mit deutlich mehr Verdienst und mehr Zeit. Nicht mehr so viel auf dem Trecker rum sitzen, könnt mehr mit der Familie machen, etc. Es sei denn, ihr nutzt die Zeit so wie ich und versucht auch noch andere Leute aufzuklären. Dann ist die Zeit natürlich wieder weg. Nächster Punkt. Fruchtfolge und Gründüngung. Also, Zwischenfrüchte. Ganz entscheidend. Schaut, dass wirklich immer irgendwas bei euch auf dem Feld wächst. Wenn da nicht wächst, dann wachsen da halt die Unkräuter. Da sorgt die Natur schon für, wenn da Licht auf den Boden kommt. Und letzter Punkt, auch ganz wichtig, immer weiter lernen, bilden, reisen, lernen, überlegen, beobachten, wieder lernen, ändern. So ist das Leben, so geht es halt immer weiter. Berkeley hat schon gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Hier nun zu den Voraussetzungen, ebenfalls nach Rolf Derbsch. Am besten, ihr macht mal eben kurz auf Pause, weil ich werde jetzt gleich nicht mehr zu allen Punkten was sagen, weil zu vielen habe ich schon was gesagt, brauche ich nicht wiederholen. Also, ihr lest es euch erstmal eben durch. Und danach gebe ich noch ein paar Ergänzungen zu manchen Punkten. Also, Pause. Also, Punkt 1. Habe ich in einem anderen Video schon mal was zu erklärt. Das ist dieses, was so circa 45 Minuten dauert mit der Betriebsvorstellung. Relativ am Ende erkläre ich mal die Drille komplett. Ich nenne es mal kurzum so, man muss die Herausforderungen der Direktsaat lösen und kann dann deren Vorteile für mehr Ertrag nutzen. Viel mehr brauche ich da gar nicht mehr zu sagen, ansonsten guckt euch bitte die anderen Videos an. Da erkläre ich das schon. Punkt 2. Habe ich ja auch schon kurz erklärt. Niedrige Humusgehalte sind ein Problem. Übergang über die Mulchsaat. Ja, auf jeden Fall in Deutschland, auf jeden Fall. Ich weiß, in Neuseeland Leute, die haben es direkt gemacht. Das will ich aber hier auf keinen Fall empfehlen. Nur über die Mulchsaat. So einen richtigen Humusaufbau habt ihr auch nicht. Also ich gehe davon aus, dass wenn man also deutlich unter 2% liegt, dass man wirklich mit organischen Dünger oder verschiedenen Komposten, Bodenleben, Bodenextrakte, gerade pilzdominierten Sachen, was machen kann. Aber wie gesagt, für diesen Fall, da arbeiten wir gerade noch dran, dass wir da eine einfache Lösung haben, die auch einfach umzusetzen ist. Punkt 3 und 4 habe ich schon was zu gesagt. Punkt 4. Beänderte Nährstoffdynamik. Gerade am Anfang, wie gesagt, die Mineralisierung, die kommt ja dann nicht mehr so richtig in Gang, wenn man verbrennt den ganzen, sagen wir, schnell verfügbaren Humus ja nicht mehr auf einen Schlag mit der Bodenbearbeitung. Die ganzen Rückstände, Wurzel, Exudate, bisschen Bodenleben etc. Und dadurch fehlt es halt erstmal an Nährstoffen. Also gerade so eine Unterfußdüngung, wo sie erlaubt ist, das hilft schon gewaltig. Deshalb auch diese Drille. Da ja auch die Kation-Austauscher-Belegungs-Bodenanalyse, damit man weiß, wie die Nachlieferung ist. Damit kümmert man sich dann um die anderen Nährstoffe. Es werden auch Sachen gemacht, dass so Mikronährstoffe und auch manche Makronährstoffe einfach in Minimengen um Getreide mit angebeizt werden. Das kann auch gewaltig helfen, ist sowieso positiv zu sehen. Mit der Zeit kommt man mit den Düngergaben dann wieder niedriger, weil das Bodenleben arbeitet irgendwann für einen. Und da ist eine ganze Menge Stickstoff in der Luft, was das Bodenleben nutzen kann. Und wenn man die Jungs nicht mehr stört mit der ständigen Bodenbearbeitung, arbeiten die auch für einen. Zu Punkt 6 brauche ich weiter nichts zu sagen. Punkt 7 und 8 wirklich befolgen. Ganz, ganz wichtig. Beide, dem brauche ich nichts weiter hinzuzufügen. Punkt 9 und 10 auch absolut richtig. Außer vielleicht diese 5 Jahre Übergangszeit, die auch Anfang der 90er hier bei der Umstellung von Flug auf Mulchsaat besprochen wurden. Die sehe ich da jetzt nicht ganz so. Also das mag es vielleicht in manchen Regionen, Böden etc. geben, dass es halt wirklich 5 Jahre dauert. Oder halt auch bei den Böden mit so einem extrem niedrigen Humusgehalt. Überall anders. Also ich komme bei mir schon im ersten Jahr überall die Vorteile sehen. Und selbst bei den sehr, sehr wenigen Ausnahmen, wo es nicht war, war es eigentlich nicht so schlimm, dass die Kosteneinsparnis das nicht trotzdem noch aufgefangen hat. Also selbst auf der Fläche separat betragen und auf dem ganzen Betrieb sowieso. Also ich sehe es von Anfang an als positive Sache. Vielleicht in den Regionen, wo eh der Ertrag recht hoch ist. Da wird vielleicht das erste Jahr nicht ganz rankommen. Aber da ist auch definitiv mehr machbar. Weil wo genug Wasser ist, kriegt man vernünftige Zwischenfrüchte hin. Und irgendwann wird es dann richtig interessant. Dann noch ganz, ganz wichtig. Trotz meiner bis jetzt 15-minütigen Erklärung, lest euch die Langversion durch von Herrn Derbsch. Das sind irgendwas so um 20 Seiten oder knapp drüber. Der Link einmal hier im Bild und auch unten drunter. Da steht es alles nochmal schön deutlich erklärt. Halt ein klein bisschen im Hintergrund behalten. In Südamerika ist es ein bisschen wärmer als bei uns. Und bei denen sind die Kati und Austauscher Belegungsanalysen Gang und Gäbe Standard. Nicht so wie bei uns. Dann noch, da sehr viele das scheinbar immer wieder falsch verstanden haben aufgrund meiner anderen Vorträge. CTF, also Control Traffic Farming. Die teilflächenspezifische Ausbringung. Kompost-Tee, Extrakt, EM, Mikronährstoffbalanzierung, Kultansystem, Mobgrazing. Sind alles wunderschöne Sachen. Können euch helfen, eure Kosten zu minimieren und eure Erträge zu erhöhen. Sind aber nicht anfangs nötig, um eine Direktsaat anzufangen. Das geht auch alles ohne diesen Kram. Erstmal ist es wichtig anzufangen, zu gucken, die Erträge, dass man die hält. Dass man das System versteht, dass man lernt. Wenn man da dann mal durch ist, dann kann man sich mit dem ganzen Kram hier irgendwie auseinandersetzen. Das Einzige, wenn man schlechte oder diese sehr niedrigen Humusgehalte hat, dann sollte man sich wirklich mit den Kompostextrakten und den Sachen beschäftigen. Nährstoffe, Mikronährstoffe anbeizen, etc. Damit man da irgendwo die Pflanzen gut am Wachsen hält, bis sich da immer mal Humus aufgebaut hat. Das ist natürlich so bei einem extrem niedrigen Humusgehalt. Es geht natürlich erstmal alles voll in den Aufbau, weil gar nicht genug Leben für den Abbau irgendwo da ist. Und dadurch fehlt es erstmal irgendwie an allem. Das reguliert sich dann aber auch bald wieder. Jedoch eine vernünftige Fruchtfolge, Zwischenfrüchte, ein angepasster Reifenfülldruck, das gehört zu den Essentials. Das sollte auf jeden Fall zwingend eingehalten werden. Wobei jetzt angepasster Reifenfülldruck heißt im Optimum eine Reifenregelanlage, vielleicht sogar noch Zwillingsreifen. Für die, wo es sich nicht lohnt, da gibt es auch diese einfachen Reifenfüllboxen. Da kann man im Stand noch mal was nachfüllen. Da haben wir am Anfang damals auch mit angefangen. Hatten dann so Zusatzkessel irgendwo am Trecker dran, damit es ein bisschen schneller ging. Zumindest für die ersten drei Reifen. Und für den letzten, den haben wir dann befüllt, während wir die Maschinen zusammengeklappt haben. Oder irgendwie solche Sachen. Oder abgeschmiert haben. Raupen geht auch. Wie gesagt, Zwillingsreifen, wo es machbar ist. Guckt nur, es gibt diese schönen Reifentabellen. Da müsst ihr drin gucken, was eure Reifen abkönnen. Bei Sachen, wo ihr keine vielen oder keine starken Zugarbeiten habt, habt kein Drehmoment da drauf. Da geht die 10 kmh-Tabelle überall, wo richtig Drehmoment auf die Reifen kommt, schwere Zugarbeiten. Da müsst ihr die 30 kmh-Tabelle nehmen. Und die Erfahrung zeigt, also Michelinreifen, die können es wunderbar abhaben. Wir haben Reifen auf dem Betrieb. Die sind jetzt 11, 12 Jahre alt. Da merkt man auch gar nichts, obwohl die permanent immer mit 0,6 bar gefahren wurden auf dem Feld. Auf der Straße immer deutlich übereinbar. Es gibt auch von Allianzen manche Reifen, die können es ganz gut. Ich sag mal, hier diese kontinentalen Mieters, die können es auch. Aber nicht ganz immer das, was in den Tabellen steht. Da lieber ein bisschen Reserve lassen. Manche andere merken können es gar nicht ab. Zum Schluss hätte ich noch mal zwei, drei persönliche Sachen. Erstmal vielen Dank, soweit ihr bis hierhin zugehört habt. Auch vielen Dank an die ganzen interessanten Feldbesuche. Feldbesuche an die drei interessierten Praktikanten, die ich in den letzten drei Monaten hatte. Die auch sehr gut mit angepackt haben, mitgeholfen haben. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Eine Bitte hätte ich jedoch. Kurzum. Meine Zeit, die ist sehr knapp. Ich bin, oder ich mache den Betrieb mit einem Mitarbeiter. Ich bin der Einzige, der Mähdrescher und Sämmaschine fahren kann. Ich bin der Einzige, der Büro macht, sich um die ganze Bürokratie kümmert. Der schlossert, diverse Sachen repariert, diverse Sachen baut, entwickelt. Bin noch in verschiedenen weiteren Projekten drin. Wenn ihr mir irgendwas schreibt, irgendwelche Fragen, dann bitte wirklich nur, wenn ihr nirgendwo anders mehr eine Antwort gefunden habt. Weil ich denke mal, wenn ihr meinen Kanal mal komplett durchgeht, dann auch für GKB mal den Download-Bereich. Oder ansonsten habe ich ja hier und da so auch mal ein paar Links zu weiteren guten Seiten geschickt. Leider teilweise halt auf Englisch, aber auf Deutsch gibt es halt oft nichts. Und bitte geht doch die Sachen erst durch und kommt dann erst mit den schwierigen, komplizierten Fragen zu mir. Das wäre sehr nett. Aber nichtsdestotrotz macht mir das Ganze natürlich auch Freude, sonst würde ich es ja nicht machen. Und ich sage mal, ein ganz entscheidender Grund ist, warum ich das mache, ist halt auch, man möchte dir wieder ein bisschen was zurückgeben. Deshalb vorab nämlich erstmal vielen Dank an all die Landwirte, von denen ich die Systeme lernen konnte. Ich weiß jetzt nicht, ob sie namentlich genannt werden wollen. Deshalb sage ich jetzt einfach mal an den gesamten Arbeitskreis Direktsaat, der GKB, auch generell an die GKB, die vielen Landwirte dort, Landwirte im Ausland, die ich besuchen konnte. Also kurzum, ich bin ja nicht der Erste, der das in Deutschland angefangen hat, bei Weitem nicht. Ich meine, ich habe mich ja erstmal 2014 damit auseinandergesetzt und 2015 angefangen. Wir haben ja genug Leute, die machen die ganzen Sachen schon zehn Jahre länger und von denen konnte ich eine ganze Menge lernen. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für. Ich bin halt irgendwie so ein, ich sage mal, fast der Einzige, der da irgendwo im Bereich Social Media das ein bisschen weiter verteilt, weil, ja einmal, weil die anderen sich vielleicht mit den Sachen nicht so auseinandersetzen. Und ich sage mal, ich sehe es so, Wissen sollte geteilt werden. Nur dann kann es mehr werden. Und wenn die anderen Landwirte ihr Wissen nicht mit mir geteilt hätten, könnte ich es auch nicht mit euch teilen. Also so gesehen, kurzum, ich bin eigentlich nur der Clown, der das hier ein bisschen verteilt und öffentlich macht. Ich bin da nicht irgendwie der Guru oder sonst was, der sich da in den Vordergrund stellen will. Deswegen schaue ich auch eigentlich, dass ich irgendwie da nicht vor der Kamera rumrenne, sondern zeige ich auch lieber die interessanten Sachen auf dem Feld oder erzähle euch da irgendwie was zu. Und gut ist es. Sehr, sehr großen Dank auch noch an den, ich nenne ihn jetzt mal den großen Unbekannten, der nicht genannt werden will und mich hier ständig mit Quellen und Daten versorgt und zumüllt. Großen, großen Dank auch an Herrn Derbsch, den ich letztes Jahr endlich kennenlernen konnte und durfte. Ich habe also selten einen so vernünftigen und bescheidenen Menschen kennengelernt. Vielen Dank an alle, die im Endeffekt mitgeholfen haben, dass man diese Dinge irgendwie lernen kann und weiter verbreiten kann, anwenden kann, die irgendwo mitgewirkt haben am Gelingen. Also, vielen Dank soweit, macht's gut, bis dahin, tschüss.